Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Bobby Brown trifft Stevie Wonder. Sagt Bobby Brown zu ihm. Wow. Du als Blinder hast es sicher auch nicht leicht. Sagt Stevie Wonder. Naja. Immer noch besser, als Afroamerikaner zu sein. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich danke wieder Boris Trinkler für diesen tollen Witz. Ich hoffe euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Und erzählt diesen Witz euren Freunden, euren Kollegen, eurer Familie. Und habt einen schönen Start in die Woche damit. Bis nächste Woche. Baba.